Jo Leute, willkommen zurück zu einem neuen kleinen Tutorial auf meinem Kanal und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure Steam Games schneller machen könnt. Zuerst braucht ihr natürlich dafür Steam, ich öffne das einmal, dann geht ihr in eure Bibliothek und sucht euch irgendein beliebiges Spiel raus. Hier machen wir dann rechtsklick drauf, gehen wir auf Eigenschaften und dann auf Startoptionen festlegen. Zuerst tippt ihr hier ein, CPU Count gleich 2 und das ganze setzen wir auf High. Das ganze soll bedeuten, wie oft eure CPU in der Sekunde schlagen soll und man hat es auf 2 gesetzt, beziehungsweise das bedeutet auch, ob eure komplette CPU für das ganze Game ausgelastet werden soll oder halt nicht. Ich habe eine 2-Kern-CPU, wir können hier auch nochmal ganz kurz gucken in den Einstellungen. Man sieht hier auch tatsächlich, ich habe eine 2-Kern-CPU, hier Intel Core 2 Duo, 3 GHz. Wenn ihr zum Beispiel mehr CPUs drin habt, beziehungsweise mehr CPU-Kerne, dann tippt ihr am besten das Komplette ein, was ihr habt. Und hier sehen wir jetzt auch noch installiertes RAM 3,87, das brauchen wir nämlich für gleich. Also hier, Max-MAM 3,87, also mein komplettes RAM wird dann dem Game zugewiesen. Und ja, das war's schon im Ganzen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir eine Bewertung da und bis zum nächsten Video.